Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder euer Odin und ja wie ihr seht, ich habe hier zwei Kartons, also der ist jetzt hier nicht so wichtig. Es ist mal wieder so weit, mein 1&1 Vertrag ist ausgelufen und es ist ein kleiner Fehler passiert. Mein 1&1 Vertrag ist nicht synchron mit der Ermäßigung. Ihr wisst ja, wenn man bei 1&1 einen Vertrag macht, kriegt man zwölf Monate so in so einem Preis, danach zwölf Monate zehn Euro teurer und wenn man es dann nicht verlängert, nochmal zehn Euro teurer. Und das war nicht synchron, jetzt habe ich immerhin zehn Euro mehr bezahlt und ich habe meinen neuen Router, das ist die 7590 und da kriegt man auch einen ganzen Schwung Papiere dazu. Das gucken wir uns auch gleich genauer an. Ich will euch nur sagen, warum und hier wie sich das geändert hat. Jetzt steht hier Homeserver Plus drauf, das ist der gleiche den ich auch vorher schon mal hatte, da habe ich schon mal ein Video darüber gemacht. 74,90 war das glaube ich. Das ist die 74,90. Das ist auf jeden Fall viel besser zu, man hat hier nur links und rechts Klebestreifen. So, auf, so und hier ist er. Ich werde auch die Schutzfolie nicht abmachen und auch alles so verpackt lassen. Ich habe ja dazu schon mal ein Unboxing gemacht. Warum ich jetzt meine, also kam auch zur gleichen Zeit an, also das kam heute früh an, kurz nachdem wir wieder da waren. Und heute Mittag kam dann halt das neue an. So, da muss ich nur nachher noch die Box rausnehmen, die Kabelei rausnehmen und die alte Kabelei rein. Und dann geht das an 1&1 zurück. Also nicht die, sondern meine alte Box, weil die hat einen Fehler. Immer wenn, wenn ich, also steht immer in der Box da, ähm, unerlaubte Veränderung der Software oder so, obwohl ich da nichts gemacht habe. Dann habe ich schon mit 1&1 telefoniert und 1&1 meinte, das kann bei diesem Modell öfters vorkommen, wenn ein Update nicht richtig installiert wurde. Soll ich nochmal Updates machen? Dann sage ich, Updates werden hier automatisch installiert. Ich habe auch das aktuellste drauf. Da habe ich nochmal gesucht. Da hat er wieder gesagt, auf dem laufenden Stand und hat er gesagt, naja, dann schicken wir eine neue. Weil ich habe ja, mein Vertrag läuft jetzt zwei Jahre und halt, wie gesagt, hatte die ja vorher schon und habe darauf fünf Jahre Garantie bei 1&1. Das ist ja, was ich so richtig geil finde. So, und dann habe ich mir praktisch jetzt meinen neuen Router, die 7590. Ja, das Kuriose ist, dass das hier wirklich in Weiß abgebildet ist, obwohl, naja, hier steht auch 1&1 Home Server drauf. Und das ist jetzt wirklich eine echte, so wie es von AVM kommt. Also hier steht, es ist nicht gebrandet hier irgendwo, dass hier irgendwo 1&1 steht oder sonst irgendwas dergleichen. Auch nicht auf der Box. Die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das ist jetzt hier die Box. Ich habe schon die Aufkleber abgemacht, weil ich die halt schon eingerichtet habe. Muss hier nur der Kabel abgehen. So, das ist die ganze Box. Die sieht jetzt so aus. So ein bisschen, so hinten sind die Anschlüsse, vorne so schmal. So seht ihr das, wie so ein aufgeklapptes Buch, wie so eine Buchseite, die so rüberfällt. Und dann haben wir halt hier vorne Fritzbox drauf. Und da haben wir die LEDs für Power, Schrägstrich DSL, WLAN, Phone, Schrägstrich DECT, Connect, Schrägstrich WPS und Info. Und die Tasten von WLAN, Phone und Connect kann man drücken. Ja, zum Beispiel, wenn man ein DLAN-Gerät hier ein DECT-Gerät anschließen will, muss man dann die Taste drücken und dann verbindet sich das automatisch mit einem DECT-Gerät. Ein DECT-Gerät ist ein Fritzbox-Phone oder ihr habt halt bestimmte Geräte, die DECT unterstützt. Da braucht man nur Knopf drücken und am DECT-Gerät Knopf drücken und fertig ist. Ich habe die jetzt schon eingestellt. Kuriose ist jetzt hier dran. Ich habe ihn erst auf dem Tisch liegen lassen. Die Kuriose ist, ich weiß auch nicht, ob das jetzt Standard ist oder ob das jetzt seit kurzem ist oder ob die keine Box mehr da hatten und mir deswegen eine ungebrandet, die sie schickt haben. Denn so soll sie eigentlich aussehen. Und so ist sie auch auf der 1&1 Webseite abgebildet. Na, seht ihr das? Da steht Fritzbox und 1&1. Da oben steht 1&1. Seht das? Und das ist die. Und sie sieht auch so aus wie ein aufgeklapptes Buch. 1&1 Home Server Speed Plus steht drauf. So wie bei den alten steht er halt unter diesem Dings. Warum die jetzt bei mir weiß ist, habe ich keine Ahnung, aber ist auch egal. Der Unterschied jetzt, weswegen ich eigentlich dieses Video mache, ist der alte, die 7490 Home Server Speed Plus, so wie jetzt drauf steht, stand bei mir ja damals gar nicht drauf. Bei mir stand da einfach nur Home Server. Und hier, das ist auch ein Home Server Plus. Die haben jetzt im Unterschied zu damals einmal USB 3.0 und einmal USB 2.0, haben sie jetzt beide USB 3.0. Da könnt ihr die blau sehen. Und da auch. Ja. Und die haben jetzt hier auch, wo steht das? Warn. Hier. Ein Warnanschluss. Das ist jetzt für interne Home Server und so ein Scheiße. Alles. Der soll noch ein bisschen schneller sein als der LAN Anschluss. Ich bin noch am Einrichten. Also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal nur meine Soundanlage, Handy und so drauf angemeldet. Jetzt werde ich die gleich anschließen. Mein DLAN ranmachen. Die Giga-Gate ranmachen. Dann im Schlafzimmer Geräte mit verbinden. Im Wohnzimmer die Fire TV verbinden, weil das hat ja auch nur WLAN, Fire TV 3. Meine Frau ihr Handy verbinden. Den DS von meiner Tochter muss ich demnächst noch mit damit verbinden. Die ist aber gerade nicht da. Die ist bei ihrer Freundin und da ist der DS mit bei. Sonst hätte ich das schon so gemacht. Und die ganzen Geräte muss ich jetzt alle nach und nach wieder verbinden. Der Unterschied jetzt zu den alten Fritzboxen ist. Ich weiß auch nicht, ob das immer so ist. Ich muss das mal so machen. So. Ich habe es schon geändert, aber ich weiß nicht, ob das ein Standardpasswort ist, deswegen mache ich das mal weg. Da seht ihr, da steht dann Fritzbox Kennwort. Ja, WLAN-Schlüssel und sowas habe ich schon alles verborgen. Und die heißt auch Fritz, Ausrufezeichen, Box, Freizeichen, 7590, Freizeichen, TV. Warum TV? Ich habe keine Ahnung. Und die haben jetzt gleich ein Passwort vorgefertigt. Im Gegensatz zu den alten Boxen, wenn man sich da angemeldet hat. Man hat Strom angemacht, hat einen PC angeschlossen, ist auf die Fritz.box gegangen. Musste man, hat dann die Box gefragt, ey, was möchtest du denn für ein Passwort haben? Oder erst mal hat er die ersten Einrichtungen, ich weiß es ja nicht mehr, ich glaube, erst mal muss man sein Sicherheitskennwort, sein Eins- und Eins-Schlüssel eingeben. Und dann kam so die Einrichtung nach und nach und hat dann nach dem WLAN-Passwort gefragt, nach einem normalen Passwort für die Benutzeroberfläche und so. Das ist jetzt hier ganz anders. Wir starten gleich mit der normalen Benutzeroberfläche. Es wird gleich nach einem Passwort gefragt. Erst dann fragt er, willst du mit der Einrichtung beginnen? Und dann kommt auch dieser Sicherheitscode. Wobei hier auch wieder anders ist. Früher braucht man den Sicherheitscode nur einmal eingeben, dann hat es automatisch losgerattert. Hier muss man jetzt ein zweites Mal den Sicherheitsschlüssel, Eins- und Eins-Schlüssel, Dingsda, Bumsda eingeben. Und erst dann fängt er an. Ich werde euch da auf jeden Fall auf den Laufenden halten, ob die jetzt schneller oder langsamer ist, weil die soll von der Hardware auf jeden Fall schneller sein. Ich weiß, über Laden geht nur das durch, was durch Laden durchgeht. Aber es kommt auch schon darauf an, was für eine Box man hat. Viele Boxen dämpfen das Signal oder dämpfen halt nicht so viel. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hiermit mehr raushole. Und vor allem, weil viele Geräte in meinem Home-Netzwerk drin sind, um die 20 Geräte habe ich in meinem Home-Netzwerk insgesamt drin, hoffe ich, dass es jetzt hier vernünftig klappt. Weil ich musste schon einige aus dem WLAN-Bereich rausnehmen, nee, doch aus dem WLAN-Bereich und die über Laden anschließen, weil er überlastet war. Also ich habe von Yamaha die Music-Cars, das sind drei Geräte. Die Soundbar, das hat Radio, eine Küche und die Box im Badezimmer. Dann habe ich drei Fire-TVs dran. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer. Denn ich habe ein Handy, meine Frau hat ein Handy, dann eine Tablet. Meine Tochter, ihr DS. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, bei wie vielen Geräten wir waren. Ich fange lieber im Wohnzimmer an, was im Wohnzimmer alles angeschlossen ist. Und ich zähle auch die D-Laden-Dinger mit auf. Ich habe im Wohnzimmer zweimal D-Laden dran. Einmal hier an der Schrankwand, einmal beim Laptop. Da ist der Laptop per Laden noch dran. Dann ist die Kodi-Anna-Box dran. Der Receiver ist dran. Nee, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Zweimal D-Laden. Da ist die Playstation dran. Dann habe ich die Gigagate dran an der Fritz-Box. Und an der Gigagate ist die Kodi-Box, Receiver und Fernseher dran. So, dann die Fire-TV-Box ist mit WLAN dran. Sind alleine acht Geräte im Wohnzimmer. Ach, die Soundbar kommt ja auch noch. Neun Geräte. Dann in der Küche habe ich halt nur das Radio dran. Im Badezimmer sind wir bei zehn. Im Badezimmer ist elf, ist die Box dran. Im Schlafzimmer ist der Fernseher dran. Der Receiver, über D-Laden sind die beiden Sachen dran. Fire-TV 14 ist über WLAN dran. Ich glaube, das ist über WLAN dran. Bei meiner, dann, der DS meiner Tochter, das Fire-TV meiner Tochter. Handy meiner Frau 17, mein Handy 18, Tablet 19. Alte Handy 20. Müsste so in etwa gewesen sein. Das sind meine ganzen Geräte. Und logischerweise hat meine alte Fritzbox dann irgendwann gesagt, Alter, ich kann nicht mehr. Und meine Frau, jedes Mal, wenn sie da war, konnte sich nicht anmelden. Deswegen habe ich ja auch schon auf D-Laden, ich habe ja D-Laden mit Funknetzwerk und so. Und habe da dann halt WLAN auch noch aktiviert, dass meine Frau dann über D-Laden ins WLAN kommt. Also mit WLAN ins D-Laden an die Fritzbox. Ihr wisst, was ich meine. Weil die Fritzbox, die hat definitiv nichts Neues mehr angenommen. Es ging nicht. Und jedes Mal einen Gastzugang wollte ich auch nicht machen. Und deswegen hoffe ich, dass sie jetzt hier mehr Geräte schaffen und mehr Geräte gleichzeitig laufen und mehr Geräte gleichzeitig flüssig laufen. Ich werde auch jetzt gleich nochmal an der Playstation, deswegen ist die Playstation an. Die macht gerade die aktuellsten Updates. Ich werde einen Screenshot machen. Und dann mache ich einen Screenshot, wenn ich es angeschlossen habe. Die ist über D-Laden, wie gesagt. Dann werde ich die Ports freigeben per Hand. Ich mache nochmal einen Screenshot. Und die werde ich dann bei Instagram und bei Facebook posten. Da könnt ihr die dann sehen. Na Instagram nicht, ich werde sie bei Facebook posten. Vielleicht mache ich auch nochmal ein separates Video darüber. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das wollte ich euch eigentlich nur so. Ist schon wieder viel zu lange geworden. Das Video länger, als ich eigentlich wollte. Wie gesagt, ich habe die neue. Und kurioserweise weiß anstatt schwarz. Da oben fällt es nicht auf. Aber sieht euch ein Schnuck nicht aus. Weiß und Rot. Ja, wenn ihr dann Fragen habt, kann ich sie euch demnächst zu beantworten. Jetzt noch nicht. Also da müsst ihr mir jetzt ein bisschen Zeit zum Testen geben. Also ein bisschen, nur 1-2 Wochen brauche ich schon, um alles mal anzuhaben und im Dauerbetrieb zu testen, um da überhaupt eine Meinung zu haben, ob es schneller, ob nicht schneller und wo da Fehler auftreten können. Bis dahin würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin da immer weg. Ahoi. Das ist euer Odin. Das ist euer Odin.